So, liebe Leute, heute ist Montag, das heißt, es ist wieder Gridtime. Jo, weiter geht's heute mit dem nächsten Event mit einem sehr langen Namen, und zwar der VCRS 500 Cosmos Group A Trophy. Sehr langer Name, ich hoffe, dass es auch sehr viel Erfahrung bringt. Jo, und los geht's mit dem nächsten kurzen Event, dann sind wir so bald eigentlich durch, viel haben wir jetzt nicht mehr, zwei Wochen, vielleicht noch, vielleicht drei, dann haben wir jetzt die Serie durch, und dann geht's ja weiter schon mit dem zweiten Teil, also Grid wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und danach geht's mit Astro Corsa wahrscheinlich weiter. Vielleicht wissen wir es aber noch nicht. Aber mal gucken, was dann irgendwann passiert. Indianapolis, 3,72 Kilometer. Und jetzt sind drei Runden. Das heißt, hier wollen wir natürlich das Ding klar rocken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, der wird auch trainiert. vorbei ich versuche das ja mal wegkommen jetzt auch bestrafte kassieren letzte runde letzte runde bleib bis zum ende in führung ich muss für den falter immer das zwei bis drei sekunden abbauen und 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 es war durch die ecke durchgekommen ich weiß auch nicht ob die strafe passiert kommt so ist es noch mal zu 30 bekommen sollte also zu gewonnen haben auf jeden fall die strafe müssen wir gleich gucken keine bekommen ja und da ich alle tcs hat für das spieler bin ich die wb krieg sowieso noch mehr kohle aber wir haben eigentlich alles frei also zumindest die kohle zu mir auch dabei ist alles gut das war durch oder eigentlich müsste noch das ende sein für heute mit quitt mal ich weiß ja noch nicht morgen weiter geht aber eine weile eine million fast anderthalb millionen punkte haben wir uns ergattert zwei gewonnen zwei verloren also beziehungsweise zweiter jeweils geworden dritter geworden entschuldigung soll man dort haben aber wie gesagt das hätte auch gehen können mit dem hier geht es morgen weiter mit dem ferrari 500 bbl sydney cup und dann geht es in der world channel ich hatte also drei rennen wir haben ein rennen und einmal drei rennen haben wir ein bisschen was zu tun auf jeden fall ich glaube wir haben drei vier haben wir gar nicht mehr dabei also so kurze dinge alles klar dann schauen wir uns morgen wieder bis dahin bei quitt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020